Ok, ich habe jetzt eine gute Idee. Der Gewinner bekommt 100k. Alle hier auf eine Linie machen und jetzt geht es um Schnelligkeit. Schnelligkeit und Taktik. Ihr macht alle mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr müsst nichts bezahlen. Der Erste, der kommt, gewinnt alles. Der Rest gewinnt gar nichts. Zum Starten machen wir etwas einfach. Vorne rennen bis zum Wasser. Wasser anfassen. Das ist wichtig, anfassen. Und dann zurückrennen zu mir. Der Rest, der Grüne betreten hat, bekommt zum Warnwerden für das Spiel 70k. Nein, nein, gar nichts sollen. Jetzt alle auf den Start machen. 1, 2, 3, 2, ok, let's go. Was man nicht alles macht, die Arme ist sicher. Und ich bin auch mal so Bro gewesen. Ich bin auch mal so. Ich bin auch mal so. Ja, komm, komm. Du schaffst das, du schaffst das. Ja, der hat Taktik. Strategie. Gratuliere. Ich gratuliere. Erste Platz. Erste Platz kommt hoch zu mir. Ich gebe dir dann eine Kette. Erste Platz kommt hoch zu mir. So, gratuliere dich. Nicht alles mit Kogs und Hurenas geben. Nein, will ich machen. Danke. Danke. Ich habe die Abkürzung genommen. Ich bin auch hier. Hier drüber aber ganz langsam. Hier wo ich bin. Und zwar hier in der Mitte. Nicht einfach in der Mitte. Genau hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ahhhhhhhh! Oh yes. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.